Mein Name ist Janne Gebhardt, ich bin 14 Jahre alt. Meine Positionen sind Sechser und Achter. Meine bisherigen Vereine sind die SG Gundelsheim und Neckarsolmer Sportunion. Meine Vorbilder sind Thiago Alcantara und Joshua Kimmich. Mein Verein bei FIFA ist FC Bayern München. Meine Ziele sind, mich immer weiterzuentwickeln und Fußballprofi zu werden. Meine Ziele mit der Mannschaft sind, Meister der Oberliga zu werden.